Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mage. Ja, ein bisschen unerwartet, aber mich gibt es noch und wir spielen auch noch Minecraft Mage. Wenn gleich ich sagen muss, ich weiß nicht, wie lange wir das noch spielen, denn wer mal beobachtet hat, wer überhaupt noch spielt, der wird sehen, dass das nicht mehr wirklich viele sind. Ich möchte aber ein paar Sachen noch machen und ein paar Sachen noch sagen, deshalb gehen wir einfach mal auf den Server. Ja, nach dem letzten Video war irgendwie ziemlich abrupt ganz lange nichts los. Das lag einfach daran, dass ich spontan noch eine Prüfung ablegen musste. Ich hatte so und so einige wichtige Termine noch an der Uni, so wie privat und arbeiten musste ich auch noch zwischendurch und dann hatte ich noch Probleme mit meinem Rechner. So ganz behoben sind die immer noch nicht. Ich laufe jetzt auf der Hälfte vom RAM und bin mal gespannt, ob das ausreicht, um hier noch ein wenig Mage zu spielen. Ihr seht schon, es könnte ab und an tatsächlich ein wenig ruckliger werden. Was ich in jedem Fall noch machen möchte, ist, diesen Turm ein wenig mehr Leben einzuhauchen und ein bisschen mehr Struktur zu geben, so wie es eigentlich sowieso immer geplant war. Und ich denke, das ist auch ganz sinnvoll, wenn zum Beispiel ihr mit diesem Turm dann spielen wollt. Ihr wisst, es ist ein Projekt vom Peter und der lädt eigentlich im Anschluss an die Projekte immer die Map hoch. Da gehe ich jetzt auch einfach hier mal von aus. Ich meine, er hat das auch mal gesagt, bevor Mage anfing oder als es noch wirklich aktiv bei vielen lief und bei sich selbst natürlich. Und deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass sich daran nichts weiter geändert hat. Und ja, das ist für mich ein Grund, dass wir für euch noch zu einem guten Abschluss zu bringen. Und dafür kümmern wir uns, glaube ich, als erstes mal um eine gute Leiternstruktur, denn das ist das hier wirklich nicht. Also da müssen wir mal hier diese Blöcke entfernen und dafür nehmen wir auch gerade mal die Axt zur Hand. Machen das hier weg. Und zwar die Autosmeldachse, zum Glück nichts passiert. Ich gucke mal nach Items zum Hausbau. Die waren hier drin, das weiß ich noch aus dem Kopf. Da brauche ich den guten kleinen Golem gar nicht für bemühen. Ich lege trotzdem einfach mal random hier Sachen rein. Er wird es schon wiederfinden. Das ist Arcane Stone. Den brauchen wir jetzt gerade nicht an der Stelle. Wir brauchen eher diesen Stein hier. So. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir nämlich dann an der Stelle in der Ecke oben rauskommen. Es täuscht mich aber alles und wir müssen an der Stelle in der Ecke oben rauskommen. Machen wir auch auf jeden Fall mit einer Leiter. Verbraucht am wenigsten Platz. Denke ich, kann man so begründen. Ich ziehe das ganz gerne hier noch hoch. Und dann gehen uns die Steine auch schon aus. Ashen Bricks. Haben wir nicht mehr so viele, ne? Ich hätte ganz gerne mal alle. Und gucke dann nochmal nach Ashen. Davon hätte ich auch gerne alle. Das wird natürlich eng jetzt. Dann hätte ich gerne Letters. Haben wir 80. Dann nehme ich mal einen Stack von. Request. Und Darklands Oakwood. Ja, weiß ich jetzt nicht. Machen wir mal einen halben Stack. Ich weiß gar nicht, ob mein Inventarplatz dafür ausreicht. Irgendwie hat er bisher nichts gebracht, ne? Du hast mir nichts gebracht. Bitte. Oh, jetzt habe ich beides hier weggenommen. Das Siegel sollte natürlich hier liegen bleiben. Da ist das Siegel. Jetzt noch den Golem. So, und ich hatte hier relativ viele Anfragen raus. Du könntest die beantworten, wenn du möchtest. Nicht. Machen wir nochmal. Ich hätte gerne alle Ashen Bricks. Sechs Stück. Ist ein bisschen mager. Gerne mehr. Ich hätte gerne mehr. 42. Versuchen wir es nochmal. Könntest du bitte einfach deinen Job tun? Das sind sie nicht. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Mit diesem System. Oha. Jetzt habe ich mich auf die Treppe gesetzt. Ja, wir suchen mal kurz. Kurzerhand nach den Bricks. Vielleicht sind sie auch. Ich weiß es nicht. Warum der den nicht finden kann. Da ist was drin. Hier sind welche drin. Hier sind welche drin. Vielleicht ist ihm das zu aufwendig. Kann ich verstehen. Aber leider war er genau dafür eingestellt. Da sind 30 sogar drin. Achtet ihr jetzt. Wir kommen in die Nähe von dem, was wir haben wollten. Dafür werde ich aber gerade mal das Eisen los und das Nethercords und das Brass und das sowieso. Genau. Die wollten wir uns mal angucken. Die muss ich glaube ich, so wie ich das aufgeschnappt habe, nur rechts klicken. Das ist auf jeden Fall in Planung. Gucken wir uns vielleicht gleich mal an. Äh. Ja, gucken wir vielleicht erstmal, wie weit wir mit dem kommen, was wir jetzt an Bord haben. Das ist Darklands Oakwood Plank. Die nehmen wir auch mal gerade mit. Und da müssen wir die Barrier, glaube ich, so bauen. Weißt du was? Wir machen einfach alle. Oder eben nicht. Doch. So. Dann möchte ich hier hoch gehen. Und dann können diese Lampen hier vorerst weichen. Und diese Ecke hier möchte ich auch ganz gerne zubauen. Einfach, weil das auch eben immer geplant war, nur nie umgesetzt wurde. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, das auch irgendwann mal zu tun. So. Das hier einfach. Ja, da bleibt dann so ein Fenster über. Hier setzen wir den hin und dann können wir die Laterne wieder draufsetzen. Denn ein bisschen Licht brauchen wir ja doch hier oben. So. Und hier drin werde ich dann einfach Laternen setzen. Denke ich mal. Äh. Das nicht. Hier in der Mitte vielleicht. Ihr merkt schon, ich versuche gerade gleichzeitig, äh, Stonebricks und Fences zu sparen. Wird sich natürlich nicht ganz, ähm, ganz vermeiden lassen, hier einiges an Material reinzustecken. Vielleicht so. Und diese Laterne dann doch auch wieder hier hin. Ich glaube, so kann man das anbieten. Wenn uns denn das Mana nicht ausgeht. Das ist natürlich ärgerlich. Aber wir brauchen Mana. Können wir erstmal drin lassen. Wir gucken mal, wie weit wir mit unserem Besen kommen. Besen, Besen, Besen. Na, also. Äh, das ist schon, äh, ist schon krampf hier mit dem Besen, glaube ich. Müssen wir mal schauen, wie sich das, wie sich das überhaupt machen lässt. So. Und hier geht's auch nochmal hoch. Und zwar bis an die Decke. Gut, dann machen wir das hier zu. Das hier zu. Und hier müssen wir an die Decke noch einbauen. Eins. War das jetzt richtig? Ich glaube. Ja. Hep. Hep. Nein, verdammt. Okay, aber ihr habt eine Vorstellung von dem, was es geben soll. Ja, das müssen wir jetzt nicht zwangsläufig so machen. Ja, genau. Da kommen wir dann raus. Ah, das hat nicht funktioniert, weil da einfach schon was fertig ist. So, hier noch. Und die Funzel da oben drauf. Das war natürlich super. Ein bisschen Ansprung nehmen, dann kommen wir auch mit dem Besen da hoch. Und dann kann ich die Lampe auch abbauen. Und dann kann ich sie wieder neu setzen. An der dafür vorgesehenen Stelle. So. Ich hoffe jetzt mal, dass da oben keine Monster drin spawnen. Ansonsten muss ich da nochmal eine Fackel reinsetzen. Was ich auf jeden Fall jetzt machen muss, sind Leitern. Leitern zu holen und da oben hinzusetzen, wo sie hingehören. Das sind Arcane Stone. Davon nehmen wir mal hier welche mit. Und Leitern hatte ich hier drei. Aber ich hatte insgesamt sehr, sehr viele Leitern eigentlich. Und ich hoffe doch, dass unser guter Golem mir vielleicht nochmal ein paar Ladders bringen könnte. Vielleicht zu 36. Hat sich irgendwas hier mit geändert? Kann das sein? Request. Aber irgendwie hat er mir doch gerade was gebracht. Mal 10. Muss ich das irgendwie mehrmals machen oder so? 13. Muss ich einen Doppelklick jetzt machen. Irgendwas hat sich geändert. Sehr, sehr merkwürdig. Es gab ja auch zwischenzeitlich. Ich meine, gut, das ist jetzt schon länger her, dass ich gespielt habe. Aber in der Zwischenzeit gab es ein Update. Das heißt, es kann sein, dass ich da irgendwas verpasst habe. Was sich geändert haben könnte. So, gut. Hier oben ist das Ritual. Ich weiß gar nicht. Ich könnte vielleicht hier direkt hochgehen. Und dann auf die nächste Etage wandern. Allerdings gehen mir echt langsam die Bricks aus. Gut, jetzt wären es hier 10. Wären genau exakt die Menge, die ich bräuchte. Allerdings fehlen mir dann auch die Leitern wieder. Versuchen wir es nochmal. Letters. Also ich hätte schon gerne irgendwie so 30 Stück. Jetzt läuft er. Jetzt habe ich wieder Doppelklick gemacht. Es kann wirklich sein, dass man echt jetzt Doppelklick machen muss. Zwei Stück. Mehr. Irgendwas hat sich auf jeden Fall geändert. Der war früher fleißiger. Ich hätte gerne Letters. Ja. Irgendwas hat sich getan. Der läuft nur noch einmal. Egal wie viel er mitbringt. Und sonst ist halt so viel gelaufen, bis das da war, was er bringen sollte oder wollte. Und dem ist nicht mehr so. Okay, muss man wissen, muss man mit umgehen können und dann kann man das auch verschmerzen. So. Und dann wären wir damit schon auf der nächsten Etage. Es gibt leider keine hübscheren Leitern oder mir zumindest sind keine bekannt. Das ist sehr, sehr schade. Aber lässt sich gerade nicht ändern. Diese beiden mache ich mal weg hier. Hier oben hätte ich nämlich ganz gerne das Ritual von Embers. Und dafür gehen wir mal gerade hier ein paar Schritte ab und gucken, wo die Mitte ist. Das müsste dann dieser Block sein. Und da möchte ich den Exchange Table, heißt so Exchange Tablet, okay, Verzeihung, das möchte ich gerne da positioniert haben. Und dann, oh, hier im entsprechenden Abstand die Pedestals. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier so der wahre Abstand ist. Wobei das könnte eigentlich ganz cool aussehen. Gucken wir einfach mal. Was haben wir da? Kupfer. Wir nehmen mal Eisen. Doch, wir lassen das so. Und holen einfach mal noch mehr Pedestals. Na, geh runter. Für die Pedestals brauchen wir nämlich eine Menge Dawnstone und Copper und Caminite Bricks Stairs. Haben wir noch Caminite. Das wäre der erste Schritt. Bisschen nervig, dass man hier immer... Haben wir nicht. Okay, dann würde ich fast sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Schnitt wieder, wenn ich das da oben soweit eingerichtet habe. Denn das kann jetzt dauern, bis ich das alles zusammengesucht habe. Vor allem mit der neu erworbenen Unlust unseres kleinen, kleinen Golems hier. Okay, dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Schnitt wieder. Bis gleich. So, nach einer kurzen Unterbrechung befinden wir uns wieder hier unten. Hier hat sich nicht wesentlich viel verändert. Auch wenn ich glaube, dass da oben eventuell eine Spinne drin gespawnt sein könnte. Das gucken wir uns direkt mal an. Nö. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Dann aber vielleicht auf einer anderen Etage. Und wir gucken möglicherweise mal, dass wir das verhindern, indem wir davon mal 9 requesten. 9 request. Und dann gucke ich mal nach einer Lamp. War das die Lamp? Ich glaube. Da. Ah, kein Lamp. Wir brauchen noch Iron Plates. Iron Plates. Davon haben wir nur noch 2. Dann. Noch Eisen. Kurz mal räuspern. Ein Eisen reicht mir nicht. Ich brauche schon 3. Iron. Bitte bring mir Eisen. Perfekt. Jetzt habe ich 4. Macht aber gar nichts. Das lege ich hier rein. Dann geht das weg. Jetzt habe ich Eisen Plates. Ich habe aber noch nicht genügend Amber. Bring. Bitte. Bringst du mir Amber? Bist du am Laufen? Läufst du gar nicht. Bring mir Amber bitte. Ja. Ich hole es mir selber. Alles klar. Danke. 10. Gut. 10 reichen mir. Wir gehen an unseren Arcane Workbench und machen keinen Amber Block. Dann machen wir unseren Amber Block hier. Der müsste auch ohne den Arcane Worktable Bench gehen. Der müsste auch ohne den Arcane Worktable Bench gehen. Hier hat sich auch nichts verändert. Hier hat sich auch nichts verändert. Aber hier. Hier hat sich was verändert. Hier ist jetzt unser Tisch drin. unser Ritual drin von Ambers. Und das geht natürlich nicht. Geht das. Wenn ich jetzt hier bin. Dann oben in die Mitte. Jawohl. Perfekt. Das reicht uns. Wir können jetzt also das. Das finde ich noch nicht ideal. Vielleicht machen wir da Caminite hin. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Hebel so funktioniert. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt können wir hier unsere ganzen Ambers Sachen aufbauen. Vielleicht stellen wir hier noch mehr von Ambers in die Etage rein. Das würde, glaube ich, Sinn machen. Auf jeden Fall. Dann haben wir das eine Ritual über dem anderen Ritual. Das könnte, glaube ich, von der Optik her ganz schön werden. Und. Hoppala. Wo bin ich jetzt? Hier. Und wenn wir noch weiter nach oben gucken, dann haben wir hier noch mehr leeren Raum. Ich war mal so frei, das Ganze hier bis an die Spitze zu treiben. Hier weiter geht es nicht mehr. Da oben ist nur noch ein kleiner, runder Raum. Weiß ich nicht, ob wir den überhaupt nutzen oder wie wir den nutzen, mal sehen. Hier sind noch nicht mal mehr Fenster. Könnte man vielleicht für die Mana-Produktion oder so verwenden, um unseren Ring immer aufzuladen. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Auf jeden Fall müsst ihr mich jetzt nicht immer so laufen und rumkrebsen sehen. Wir haben die Leitern mal gesetzt. Hier oben wird nichts mehr spawnen. Und wir haben das Ritual soweit aufgesetzt. Ich habe auch die ganzen Embers-Sachen gefunden. Die standen natürlich noch unten hinten in der Kiste. Müssen wir auch noch alles umräumen, damit der Golem alles findet und uns nicht bringen kann. So wie er es scheinbar zu tun pflegt jetzt seit Neuestem. Ihr seht auch, es fehlt ein Aspekt. Das heißt nicht, dass wir einen Aspekt nicht haben, sondern einfach dieses Setup hier bietet mehr Aspekten Platz, als dass wir sie brauchen. Vielleicht, wenn wir den ganzen Embers-Kram aufgebaut haben, können wir noch einen ergänzen oder so. Ich habe es jetzt erstmal so aufgebaut, dass es einigermaßen symmetrisch steht. Wie gesagt, hier an den drei Ecken. Und vielleicht auch hier haben wir ein bisschen Platz, um noch Embers-Sachen aufzubauen. Wir haben ja so ein paar Maschinen noch stehen. Eine ganz große Sache würde ich auch gerne noch aufs Dach setzen von Embers. Vielleicht, weiß ich nicht, ob wir das noch schaffen. So wäre das auf jeden Fall, wenn wir diese Maschine mit Embers versorgen, also mit der Embers-Energie, wäre das eine Variante, in der das Ritual funktionieren würde und auch noch hübsch dabei aussieht. Schreibt ganz gerne mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Hier fehlt eine Leiter. Da brauche ich aber nicht eure Kommentare für. Die kann ich selber setzen. Ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut mal in die Videobeschreibung. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wer spielt. Ich weiß, Onkel Poppy hat auf jeden Fall für seinen Urlaub jede, jede Menge vorproduziert. Und deswegen möchte ich auch nicht so viel hier in der Stadt rumlaufen. Ich versuche das zu vermeiden, sehr viel außen zu zeigen. Ja, müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich wollte auf jeden Fall mal wieder was von mir hören lassen. Wollte euch nicht im Dunkeln tappen lassen. Auch diejenigen, die Twitter zum Beispiel nicht benutzen. Ja, habe ich ja schon mehrmals gesagt. Auf Twitter gibt es eigentlich immer Neuigkeiten. Und wer da auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte sich Twitter mal zu Gemüte führen. Und ja, da gibt es eben die entsprechenden News, wenn es was Neues gibt. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und sage bis zum nächsten Mal bei was auch immer. Entweder hier oder was anderes. Wahrscheinlich nochmal hier. Macht's gut und tschüss.